Fußball wetten 24.11.2019 Gewinn, 12.307 Euro Autor deseltsamek Kenzi X-Autube, es hat mal wieder aufgrund der Prognosen wunderbar geklappt, es sind genug unentschieden bei den gestrigen Wetterprognosen gefallen und es hat somit zu einem Gewinn von netto über 12.000 Euro gereicht. Das kann sich sehen lassen, natürlich musste immer ein doppelter Einsatz bezahlt werden, also hier in der 10er Kombi waren das somit 1024 Einsätze, aber das muss man eben riskieren, denn nur so ist sicher, dass eine größere Kombi-Wette auch zum Erfolg führt. Es lohnt sich immer wieder, statt einer immer zwei Chancen zu wetten, da es eben sehr oft passiert, dass die stärkere Mannschaft den Sieg einfach nicht schafft und so zu einem Unentschieden es kommt. Der Beweis ist doch hier, mit einem Einsatz von 1024 Einsätzen was natürlich relativ viel ist, ist ein Gewinn von netto 12.307 Euro entstanden. So muss gewettet werden, es bringt überhaupt nichts in einer größeren Kombi-Wette immer nur eine Chance zu wetten, denn kommt diese eine Chance irgendwann mal nicht, da ist die gesamte Wette kaputt. Und Sie sehen hier nach meiner Methode auch berechnet nach der Quantentheorie, müssen immer zwei Chancen gewettet werden und das führten zum Gewinn wie hier. Sonntag 24.11.2019 Regensburg-Eidenheim 1 und 03 zu 1, 2 Euro 35, 2 Euro 35, Fürth Nürnberg 1 und 00 zu 03, 37 Euro 76, Stuttgart-Karlsruhe 1 und 03 zu 01, 58, 12 Euro 25, 1860 München-Bähmchen 1 und 01 zu 1, 3 Euro 30, 40 Euro 43, Eindhoven-Heerenwein 1 und 02 zu 01, 1 Euro 48, 59 Euro 84, Wahlweg-Emmen 1 und 01 zu 1, 3 Euro 40, 203 Euro 47, Rotterdam-Aanheim 1 und 02 zu 02, 40, 488 Euro 32, Wennlo-Emmen 1 und 0, 203, 22, 30, 203 Euro 31, 203, 808 Euro 90, Red Wien Graz 1 und 01 zu 1, 3 Euro 50, 13,331, 14 Euro, 2 Özilon 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 2 gleich 1024 Einsätze Schrägstrich Minus 1024,00 Euro 12307,14 Euro